Werden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinandergestellt, und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen, der Berg in dieses Meer, na, das wird spritzen. Würden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinandergestellt, wer weiß, wer Heinz Erhardt ist, weiß auch, daß irgendwann der Witz kommt. Und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, eine Versuchsanordnung wie in einem Werk tiefster Gedankenlyrik, etwa wie das berühmte Novales-Gedicht, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Das angenommene Geschehen hier ist viel dramatischer. Und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer, na, das wird spritzen. Hier haben wir den ganzen Zauber des Reims, der Klang des Wortes ist vorherbestimmt und wird vom Hörer auch vorausgehört, und dann passt sich das sinngebende Wort ein wie von selbst, um dann aber den ganzen Charakter des Textes auf den Kopf zu stellen. Hier dichtet kein großer Denker, sondern ein Kind, das möglichst große Steine ins Wasser wirft, weil es so schön spritzt. Vielen Dank.